Ja, gestern Hurricanes geguckt. Was war deine Meinung vom Ocean Drive gestern Abend? Ocean Drive ist stabil. Stabil. Stabil, ne? Beste waren die Uber-Fahrer, glaube ich, an dem Abend. Kann man, ja. Die Ladies aus Boston, was sagst du denen? Schwere. Die René hat dich zum... Patriots, weiß ich. Patriots, ja. Und Celtics. Ganz schwierig, ganz schwierig. Ja, schwierig, ja. Was machen wir denn heute? Was ist denn dein Plan heute? Shopping. Shopping. Was erwartest du da? Kleine Stores. Wir laufen hier gerade durch die Lincoln Road. Bisschen entspannt. Shoppen, was essen, Getränke trinken. Viele von den mitgereisten Fans sind gerade bei den Dolphins. Und ich und der kleine Bre hier. Wir gehen jetzt gleich bei Adidas erstmal was shoppen, ne? Miami Tricot. So, kritiker, messi fanatiker hier. Musik 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 Hier entspannt am Ocean Drive langlaufen. Bei den Dolphins steht 14 zu 7. Die anderen sind dort im Stadion. Aber ich lasse hier meine Seele baumeln am Ocean Drive. Und der Olli, der hat erstmal geshoppt. Schönes Messi Trikot. Ein Pullover bei 30 Grad. Kann man immer gebrauchen. Ja, der Heatstore hat heute leider zu. Das war ein Fehler in unserer Planung. Aber ansonsten ein super entspanntes Erlebnis hier. Musik Nach dem Ocean Drive haben wir uns einen Uber genommen und sind zur Bayside gefahren. Das ist ein Shopping Market direkt am Hafen von Miami. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Nachdem wir bei der Bayside waren und ein bisschen geshoppt haben, sind wir dann zum Kaseya Center, dem Spielort der Miami Heat und haben uns einmal die Küste sowie die Arena von außen besichtigt, die wir dann zwei Tage später bei einem Spiel der Miami Heat von innen erleben konnten. Später haben wir uns dann auf den Weg zurück zum Hotel gemacht, haben die anderen getroffen, die vom Dolphins League zurückkamen und sind dann mit denen in einen Sportspark gegangen, um das Abendspiel nochmal live zu verfolgen. Am nächsten Tag haben wir uns dann auf nach Wynwood gemacht, haben die Havana besucht. Und einmal komplett Miami Downtown durchquert mit einem Bus, sind bei Kuyo Taco essen gegangen. Dort gibt es meiner Meinung nach die Tacos, die am ehesten an die originalen mexikanischen Tacos in Mexiko ankommen. Und deswegen auf jeden Fall gerne probieren, ist eine Empfehlung von mir. In Little Valley Havena sind wir dann in ein kubanisches Café gegangen, haben kubanischen Kaffee getrunken, einen sehr leckeren Mojito. Dort kann man auch kubanische Spezialitäten essen, kann ich nur empfehlen. Wenn, um dich dann zu halten. Auf geht's zum Ocean Drive mit dem Big Bus von Little Havanna. Neben mir der René, der lustige gechillte Steven, Fabian, der Olivier, der Tobias Tobias Trinker. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wir sind wieder hier an der Lincoln Road. Der Olli hat es nicht geschafft, sich ein iPhone zu kaufen. Das war ihm dann doch zu unsporadisch. Vielleicht sieht man mich gleich mit Brille. Und dann gucken wir mit, ob wir zum Haul kommen. Vielleicht noch den Pool schwimmen mit einem Kokos oder was? Ja, vor Französisch. Moin Meister, wie war der Tag gestern? Im nächsten Video kommen dann Eindrücke von Halloween, die am letzten Tag vor diesen Strandaufnahmen passiert sind. Und dort werde ich euch dann auf die Reise mitnehmen, wie Halloween in Amerika bzw. in Miami Beach, das wahrscheinlich nochmal ein bisschen anders, gefeiert wird. Und dann ja auch bei mir die P consists conoc, die Brille. Und dann bin ich dann auch bei mir das dringend. Und dann bin ich rein. Ich bin dann in die Fortune. Und dann bin ich für unser Wettbewerbsbr Bürger, das wäre schon mal ein bisschen anders. Und dann bin ich ein bisschen anders. Und dann bin ich wie weit weg. Und dann bin ich ein bisschen anders aus. Und dann bin ich ein bisschen anders. Und dann bin ich mir استutzt.